Yo, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, Leute, ihr seht im Hintergrund, wir sind heute mal wieder in Fortnite am Start. Und eben gerade um 14 Uhr, also vor 54 Minuten, ist das neue Chapter 5 rausgekommen. Und ich werde jetzt mit euch die erste Runde spielen. Ich habe noch gar nichts hier gemacht, außer mal hier in den Item Shop geschaut. Also hier hat sich auch eigentlich nicht so krass viel verändert. Ähm, ja, hier hat sich auch ein bisschen was verändert, aber schon ist... Oha, das ist auf jeden Fall neu. Das sehe ich jetzt erst gerade. Und was ist hier? Okay, das gucken wir mal wann anders an. Ja, ähm, hier ist einmal noch der Battle Pass. 14 Seiten, ne? Ja, passt eigentlich hier. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir starten mal in die erste Runde Battle Royale jetzt rein. Ich bin ultrahyped. So, hier hat sich auch ein bisschen was geändert, so. So, ja, perfekt. Mhm. Alles so lassen. Perfekt, geil. Boah, aber der Sound ist irgendwie ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Muss ich mal irgendwie nach der Runde kurz schauen oder so. Boah, was ist das jetzt? Man muss hier... Digga, hallo, warum leckt so? Digga. Bestimmt, weil es zu viele drin sind. Telekopfschüsse. Ah, ja. Oha, was... Oha, wie wenig Orte, hä? Junge sind es wenig Orte, aber alles im Weihnachts-Style. Ich land mal hier. Oha. Man bewegt sich ja auch so komisch. Hä? Noll. Okay. Krass. Krass. Auf jeden Fall. Leute, lass auf jeden Fall auch ein Like und ein Abo, da würde mich riesig freuen. Alter. Junge, ich konnte jetzt erst anfangen, weil Warteschlange war, ziemlich lange. Ähm, ja. Aber ich bin drin jetzt. Das ist wichtig. So, ich land mal hier. Okay. Achso, ich glaube, den Ort gab es schon irgendwie. Mit dieser Leinwand. Ein bisschen verändert, aber die Leinwand gab es auch da, äh, davor in dieser OG-Ding. So, wo landen wir hier? Hör, man kann jetzt auch mit diesen... Achso, nee, doch nicht. Ah, hier steht auf jeden Fall ein Lambo und die Animation beim Fliegen ist ein bisschen anders. Junge, hä? Wie... Alter, wie über bewegt man sich? Das ist ja nichts kacke geworden. Boah, was hab ich denn hier? Achso, man kann sich ja dabei jetzt auch bewegen, ne? Ja, man bewegt sich, hab ich gefühlt, wie so ein NPC, echt. So. Kross. Oh mein Gott, hä? Von wo, von wo? Hä? Pro. Ja, der ist ja anders, krass. Oha. Junge, aber hä? Man bewegt sich ja... Kommt das komisch irgendwie. Hä? Lol. Okay. Das leckt auch ein bisschen irgendwie, weil da bestimmt gerade alles so überfüllt ist. Boah, ich freu mich aber auf das, äh, Lego-Ding. Das kommt am 8. Dezember, am 9. Dezember kommt dann dieses Rocket League. Und am 10. Dezember kommt noch irgendwas. Ich weiß aber grad nicht. So, guck mal, warum bewegt man sich so komisch, ich hasse das. Alles neue Waffe. Oha, krass. Also ich, äh, tue jetzt auch mal ein bisschen die Orte am besten erkunden. Junge, aber ich, ich finde diese irgendwie, das ist so komisch aus dieser Steuerung. Das finde ich ein bisschen blöder, aber sonst finde ich es echt gut eigentlich. Und was ist das hier immer? Achso, wo der Zug entlang fährt. Ah, das ist geil gemacht, ja. Oha. So, dann gehen wir doch mal hier runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so geil war, äh, das neue Chapter. Bin ich euch ehrlich. Da hinten fährt auch dazu. Das wird sogar mir grad angezeigt. Okay, hier landen vier Leute. Das geht. Hä, das ist ne... Wie heißt die Waffe? Strikers Stungel, überall. Lol. Guck mal, was gibt es alles, was ist das hier? Ah, die sind so, äh, Dings. Okay. Ich muss es ja erst mal angewöhnen, dass man auch jetzt beim Hallen dabei laufen kann. Also, dann wundern, wenn ich irgendwie ein paar Mal stehen bleib, zum Hallen. Maschinen-Pistole, ich hab auch schon einer. Da vorne ist ein Boss. Da vorne ist ein Boss. Oha. 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 Joa, jetzt geht's. Joa, jetzt geht's. Junge. Oha, oha. Junge sind die krass. Oha, oha. Junge sind die krass. Junge, warum sind die so krass? die gegen die so komisch heute ist doch ein fortner gefühlt mehr aber diese bots sind ja anders op geworden ich finde irgendwie die steuerung aber komisch gehen wir mal hier schnell weg ja was das sind ja schon zwei dings waffen das macht nur schild da hier stehen auch die lambos die bots sind einfach gefühlt gegner geworden weil sie so krass sind machen die schaden oh ha ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Ich weiß aber nicht, ob jetzt einfach das Update wirklich so geil ist. Kann ich mir nicht einschätzen. Warte mal, wo ist denn gerade der Zug? Oh Gott. Boah, hier sind einfach die Schienen. So, dann laufen wir halt hier erstmal ein bisschen rum. Guck mal, guck mal, wie ihr uns bewegt, egal, es würde man besoffen sein, nicht? Ich sehe auch gar nichts. Ich will mal nochmal so einen richtigen Gegner killen. Ey, wenn das jetzt direkt eine epische Wiat, Bro, dann bin ich krass. Aber ich glaube, so krass bin ich jetzt auch wieder natt. Warte, ist dein Gegner? Ich will ja auch einen Bahnhof und da ist ein Gegner. da war eigentlich das ist das einmal dann jagen wir hier kurz alles mal in die luft hat ja viel kaputt gemacht habe hier noch mitnehmen was dann machen wir es einfach so nehmen wir lieber vier impuls mit können wir die beim notfall auch gebrauchen und wir müssen mal ganz schnell zone jetzt wurde vom sturm erfahrst du peinlich jetzt mal so wichtig vorne sind die nächsten gegner müssen ganz so weit weg oh ja 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 die sind wirklich gar nicht weit weg das ist eigentlich gar nicht so schlecht die zwei gold der grönen lassen digga bro die sie noch eine bessere pump vielleicht jetzt ja nämlich mal die zwei legendäre waffen ich weiß ja ob das jetzt ganz so selten ist oder so oder ob das normal ist ich bin ja irgendwie groß zum glück sind es jetzt auch wieder so npcs geworden sonst wäre ich direkt am atmen was war das achso das war die tür da steht ein motorrad perfekt dann nehmen wir das einmal und hier ist noch eine chest und hier ist noch eine chest wir müssen so ne da fahren wir mal ein bisschen hier da hinten kommt jetzt einer mir entgegen das kopfgeld und dann können wir abfangen ah ja da oben oh ja da oben Das war sehr gut. Oh, da vorne, da vorne. Ja, da vorne. Oh, da vorne. Junge, der Bock macht jetzt Auge. Komm rein, Mann. Er ist da oben, ist der mit Krone gestorben. Ui, ui. Junge, da. Oh mein Gott. Maschinenpistole. Oh, da hat die ihn mythisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der G-Klasse. Junge, hier geht's einfach G-Klassen. Das ist ja kein Fortnite mehr. Das ist ja schon ein Wort anderes Spiel, Digga. Oh nein, da kommt einer. Oh, ich muss zu, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, der kommt mit der G-Klasse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das war mal wieder anders verkackt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's erstmal mit dem Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und dann, äh, ja. Haut rein, äh. Oh, da warte ich hier noch einmal kurz. Ähm. Und dann. Ja, machen wir hier. Hier. Neutral. So. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und dann, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.